Nein, Hütchen! So, passt. So. Passt vielleicht doch nicht. Ist hier noch irgendwo was? Nee. Gut, dann kann ich hier anfangen. Gehe ich da vorne eine Spitze bau von da ab. Pflanzt dann da auch gleich wieder neu. Jetzt bräuchte ich so einen Timbermott, aber das wäre ja langweilig. Einmal draufhauen, alles weg. Bei dem Timbermott läuft. Dann habe ich diese ekligen großen Bäume nicht. Warte mal, den nicht hier heißt. So. Wo war ich? Die Fätschicht von Wallen und Robben. Heißt Blubber. Achso, von Wallen und Robben. Ich war gerade bei Namen. Von Wallen, Junge. Von Wallen und Robben. Heißt Fätschicht. Heißt Blubber. Äh. Voll die Versprecher, Junge. Blubber. Das wusste ich aber schon. Da hat die erste Axt einen Abgang gemacht. So. Die Söhne von Roland Koch heißen Dirk und Peter. Das interessiert niemanden. Wer ist Roland Koch? Oh, stimmt. Der Buchstabe Q kommt im deutschen Text, nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,02 Prozent vor. Wie viele Wörter gibt's? Eine halbe Milliarde, glaube ich. Eine halbe Million. Kann gut sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Boah, das ist ganz schön wenig. Qualle. Qual. Quuchen. Quölf. Clenny. Climichi. Climichi. Junge. Climichi. Climichi. Clamler. Clbaum. Q. Ne, warte mal. Q wird mit Q geschrieben. Scheiße. Tausend Flüßler. Tausend Flüßler. Tausend Flüßler. Junge. Tausend Flüßler haben maximal 680 Füße. Das heißt, die Biologen haben uns angelogen mit den Tausend Flüßlern. Flüßlern. Dass die so heißen. Der Junge, bei mir geht heute gar nicht. Zu viel Deutsch gehabt die Woche, glaube ich. Zu viel Ausfälle in der Schule. Aber ich hab natürlich Mangas gelesen die Woche. Äh, sowas haben wir denn noch so. Die Wahrscheinlichkeit für einen Rollflush beim Poker liegt bei... Wat? 669.739 zu 1. Also neben Milliarden, halb millionsten Spiel kommt ein Rollflush. Ich weiß nur was ein Rollflush ist, weil ich keine Ahnung hab von Pokern. Aber okay. Kann man sagen, wer da will was zu sein soll, vielleicht weiß ich es ja nicht. Weil ich es nicht weiß, dass ich es weiß. Hä? Ich hab mich grad selber verwirrt. Oh, hallo Zombie. Und ich will eine große Reichweite. Ach stimmt, die rufen jetzt ihre Gegner. Äh, ihre Partner. So, komm her. Ja. Okay, sag mal Schaden, danke. So, hab ich kein Creep... Creeper. Creeper vielleicht angepimmelt kommt, ist mir egal. Stirb. 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 Du auch. Stirb. 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 Du kannst leben. Alter. Oh, was essen. Jetzt... Oh lordy. Stirb. Noob. Dreckiger Noob. So. Ähm. Weitermachen. Äh, die Mercedes C-Klasse der Baureihe W126 erfüllte weltweit als erstes Serienfahrzeug das Kriterium des asymmetrischen Frontaufpralls. Offset Crash. Ähm. Das heißt... Das heißt, Stalin war Georga. Das wollte jeder schon mal wissen, dass Stalin der russische Diktator Georga war. Das interessiert jeden Menschen brennt heiß. Nichts. Hallo Küper. Bist du sterben? Dann stirb mal schön. Aber nicht in der Explosion. Danke. Hast du gut gemacht. Alter. Das ist ein Schwier. Ich bin fünf Meter weggegangen und hinter mir spawnen einfach mal alle Zombies, die es auf dieser Welt gibt. Die anderen dreckigen Huren sind jetzt nur drauf. Die bringen euch um. Stirb. So. Geht auf. Alter. Monster fahren wir total überbewertet, glaube ich. Au. 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 Ja, kommt da noch einer, ey. Ich muss doch verarschen. Ja, Skeletten kommen wir auch noch. War klar, dass er mich mit ins Arme hitten muss. Der ist noch eins. Oh fuck. So, wo war ich stehen geblieben. Bier war bis 1989 in Island verboten. Ist doch kein starker Alkohol. Na gut, in Island vielleicht schon. Aber in Island können wir so viel schlucken, wenn ich da grad nichts mit irgendjemandem vertausche. Ach, ich weiß es nicht. Warum hört die Musik da schon wieder auf? Hallo Musik, was geht? Spawn die nicht? Spawn die keine Äpfel oder wat? Alter komm schon wieder was? Zwei Zombies, ey. Könnt ich gleich mal pennen? Kann ich gleich mal pennen? Fickt euch. Mit gar nix. Nix könnt ihr mehr. Hilfe. Hilfe. Bitch. Die blöde Bitch. Hilfe. Ich bete dafür, dass sie keine Türen aufmachen kann. Da hab ich ein Problem. Junge. Äh. 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 Oh, ein Ei. Danke. Was hat das jetzt gemacht? Ich hab nix abbekommen. Ach gut. Find ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ey, da ist Eisen. Ein Block. Ein Block. Ein Block Eisen. Wow. Super gemacht. Ich muss das hier gleich mal zubauen. Da ist eine Spinne. Hallo. So. So. Und jetzt ein bisschen weiter im Schritt. Wolfsburg hieß bis 1945 Stadt des KDF Wagens. Ah, Creeper. Komm. Hau ja ab, ihr beiden Versicherungsvertreter. Äh. 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 KDF Wagens bei Fahrersleben. Fahrersleben. Nicht Fahrersleben. Böse. Angepimmelt kommen die blöden Arschkekse. Was wollen die alle von mir? Soll ich mal was essen. Apropos essen. Ich soll mich mal um Essen kümmern. Oh Gott, oh Gott. Ich komm hier und tue nix. Äh. Oh, sorry. Küchen. Ich trock mir da noch mal irgendwann wieder Samen. Ich hab jetzt jetzt zwei. Wow. Damit kann ich mich noch nicht mal großartig was machen. Wegen diesem blöden Knochenmehl. Was sie jetzt runter gemacht haben. Vor Milliarden Patch. Wieso Kühl bräuch ich auch Weizen? Oh mein Gott. Das ist ein Teufelskreis. Minecraft Notch. Ich hasse dich. Das ist deine Schuld. Von Minecraft Notches. Es gibt ja auch so viele andere Notches. Aber man kann es ja mal versuchen. Wäre cool, wenn es hier eine Menge andere gäbe. Dann gibt es noch verschiedene Variationen von Minecraft. Boah. Lieder. Habe ich nur Samen drinne? Ne. Ich brauche äh. Stick habe ich. Kommt es auch noch auf. Hey. Eine Hure. Nein. Natürlich nur eine Home. Äh. Erde. Das ist ein Fehl. Das ist billig. Das ist ein Fehl. Das ist ein Fehl, also zwei das sind. Das darf nicht so. So, jetzt passt das. Ich hab ja auch so viele Samen, die ich da reinmachen kann. Vier nämlich, genau. Das ist einfach mal der beste Wert, den ich erzielen konnte. Hätten können. Wow. Oh, hallo Baum. Was geht? Ich frag mich grad, wo ich das Haus hinbauen will eigentlich. Ich mach hier voll die ganze Planung für ein Haus. Aber weiß nicht, wo ich das hinbauen will. Komm schon mal ich da hin. Mal gucken. Ich geh mal gucken, ob ich irgendwo etwas anderes...